Hallo und willkommen zum Astral Tutorial. Heute geht es um den Audio Player, mit dem wir dann im Spiel Musik abspielen können. Den finden wir hier in der rechten Seitenleiste bei der Musiknote. Wir klicken mal drauf und da ist er auch schon. So, hier unten finden wir wieder die Astral Bibliothek und hier bei Imported Assets unsere eigene hochgeladene Dateien. Da gehen wir mal drauf. Ich habe hier einen neuen Ordner mit Musik erstellt und habe schon mal zwei Dateien hochgeladen. Und bevor wir die jetzt im Musikplayer verwenden, da reinziehen, können wir die uns auch schon mal anhören. Wir machen das mal. Das ist nur eine Vorschau, das bedeutet, die Spieler können das nicht hören, wenn wir hier unten auf Play klicken. Und wenn wir die jetzt in die Playlist ziehen wollen, dann nehmen wir die einfach und ziehen die hier oben rein. Und dann ist das auch schon in der Playlist drin. So, wir sehen hier natürlich den Titel. Da rechts daneben nochmal die Zeit, wie lange das Musikstück dauert. Und wenn wir hier auf X klicken, wird das wieder aus der Playlist gelöscht. In der Word ist das natürlich immer noch vorhanden. Wir können das jederzeit wieder in den Musikplayer ziehen. So, ich ziehe mal beide Reihen, beide Musikstücke. Gut. Und jetzt können wir die hier auch nochmal anordnen, wie wir möchten. Da ziehen wir die einfach an die entsprechenden Stelle. Dann wechselt hier die Reihenfolge. Könnt ihr euch also einrichten, wie ihr möchtet. So, wenn ich ein Musikstück abspielen möchte, hier auf Play drücken oder auch einfach auf das Musikstück klicken. Ich nehme mal hier den Mystic Dungeon. So, und hier oben kann ich dann auf Pause klicken, damit das Musikstück unterbrochen. Wir können jetzt die Playlist noch ein bisschen steuern. Wir können hier zum letzten Musikstück zurückkehren. Hier zum nächsten Musikstück springen. Hier können wir dann innerhalb des Musikstücks in der Timeline herumspringen. Das geht natürlich auch. Hier sehen wir dann auch nochmal die Zeit angezeigt. Und dann haben wir hier noch ein paar Buttons. Die zwei hier sind ganz wichtig. Wenn wir normalerweise in Astral hier ein Musikstück abspielen und das ist am Ende angelangt, dann stoppt das einfach. Es wird also nicht automatisch das nächste Musikstück abgespielt. Wenn wir das ändern möchten, klicken wir hier auf den mittleren Button, Play next song in Playlist und dann ist das genau so. Das heißt, wenn dann ein Musikstück fertig ist, dann beginnt automatisch das nächste zu spielen. So, stattdessen können wir hier aber auch dieses Loop Track verwenden. Das bedeutet dann, dass das aktuelle Musikstück, wenn es fertig ist, immer wieder wiederholt wird. So, auch das machen wir wieder aus. Dann haben wir hier die Lautstärkeregelung. Das ist dieser kleine Regler hier. Und damit regeln wir die Lautstärke auch gleichzeitig für alle Teilnehmer. Also unsere Mitspieler haben da keinen eigenen Lautstärkeregler, in dem sie die Musik einstellen können, die Lautstärke. Da läuft aber gerade ein Vorschlag im Astralforum, dass genau das passieren soll, dass also auch in Zukunft noch die Mitspieler einen eigenen Lautstärkeregler bekommen sollen. Bis dahin können wir uns aber behelfen. Jeder kann ja an seinem Computer die Lautstärke einstellen. Auch zum Beispiel für verschiedene Programme wie den verwendeten Browser. So, dann können wir hier noch die Musik muten. Wenn wir mal was abspielen, dann sagen wir hier Mute und dann wird die Lautstärke einfach ganz runtergedreht. Wenn das mal schnell passieren muss, können wir diesen Button benutzen. Okay, ansonsten können wir den Musikplayer auch hier wieder über diesen Button in einem neuen Browserfenster öffnen. Ist dann auch wieder ganz praktisch, wenn man zwischen den Fenstern wechseln möchte oder den eben auf einen zweiten Monitor verschieben möchte. So viel zum Audio Player, der hat eigentlich alles dabei, was wir brauchen, um Musik im Rollenspiel auch online zu verwenden. Dann wünsche ich euch mal wieder viel Spaß beim Ausprobieren und wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.